ich meine die erinnert mich an an mit spät den annehmen wenn ihr den kennen die 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 siezen ja halt erinnert mich halt er die haare verleicht aber ja auch geht der roter halt und drache eine reine verordnet mehr weil sie hat sich halt vorhanden in dieser form sieht die aus wie die verwandlung e ja so rüstung und sowas ganz klar das ändert mich halt dann auch wenn sie jetzt nicht hundertprozentig so aussieht Mike hat gerade gepostet was mache ich denn nun langeweile ich frage ihn ob er mit uns chillen will mich verarschen nee er nimmt eh nicht an also scheißegal nein ich brauche auf chillen füstet mich nicht ach wir haben aber kein ranger d doch MF ist 8 war kommt dann nach unten kommt er hat die dumme es im deutschen ms läuft es vor anders jetzt mit dem waffen nach oben soll ich mit dir gehen oder wie nein geh du mal die war mit dem mit morgana fürs kill mich ja dann gehe ich in die mitte ist egal ich gehe mit schulern mitte gehen die du mal runter dann kriegt schulern gleich auch noch was denn jetzt wer wer ist der spot schulern geht du mal mit schibana blumachen ich mache mit dem red und hält uns mal zu machen muss ich hier alles regeln oder was wenigstens coole items und sie wieder links die haben auch kein jungler aber du willst mit mit schibana schibana und garen auf einer lane ist kacke ich gehe talon nein schibana und vane schibana und garen meinst du nicht vane ach so ja mein ich doch aber ich hab ja gar nicht vane schibana und hau raus oder wer das talon ja ok weiter was will denn nicht denken worab ich denke ihnen roter mal ich war ja wieder mal richtig kacke hier ist es alleine hier geht aber jetzt muss eigentlich schul anrichten hat dicken vorteil gegenteil haben mehr hp blut doch wiederum sie kacke jetzt schon wieder kein mann aber es fehlt einer von den herrschweiß java 1 ja wohl dann wo das weiter nein so leines wort ja scheiße kommen ich bin ein Blutkrieg halt auch nicht machen allerdings fehlt so Gartner waren es wieder ein kult schütz und schon noch ein paar sekunden noch ein paar sekunden der platz Kurs Kormann mein Gott und da geht er dauernd auch immer noch nicht Leid doch her Garton und schlechtes gut aber er hat einfach nur ein mega nachteiligen nicht nur das Wert hoch nur halber hp oder nicht er hat sich aber nicht zurückgebracht wenn er in der Sofort er haben wir den nicht halber hp abgehauen und untergehauen doch man hat auch noch halber ja er war auch zum Jungle drinnen sie haben wir so lange gebraucht das MF auch killt übrig das war aus Versehen meiner Juwaka ja ja mit Tower geht down die werden Hardcore hier oben von Tower geht down irgendwann dann aber ich bin ja wie sechs Talon soll erstmal aufpassen auf das oder ab meine Fresse für mich für mich für mich für mich Ich hab einem Minion Mana gegeben, ey, scheiße. Okay, klar. Boah, langsam den Blue, sonst wird das hier nichts. Boah, es gibt's doch nicht. Leunwut. Scheiße, man. Sind fast tot. Mal so Raka Ulti oder so, irgendwas auf Kreis. Talon, irgendwas Ulti. Nein, wie so läuft der da rein? Ich weiß, was. 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 Talon, mies. Oh. Small o. Oder meinst du mich gar nicht? Ne, top. So. Mal Talons weg. Ola, der ist hier. Ja, ich lese mal Chat. Tausend mal gesagt. Was wird? Und der ist, der ist eigentlich nur live, ja immer noch. Oh Mann! Scheiß drauf, Alter. Ich komm da eh nicht weg. Mitte auch. Jetzt nur noch eins. Top geht down. Wir müssen hier aufmachen. Wir müssen hier weiter. By die Kraft von der Weibstilz. Musik Was ist das? die Euro klauen wir die Scheiße auch da oben lang der rennt eh nach unten ja aber trotzdem sollten die von oben kommen nicht von was auf Zahl runter und kann ich einfach nein ich würde es hier willst du den nein nein ja das ist ein G ich muss gar nichts gefahren was macht wieder in der war die man muss man die Rando wo kuschen die so hart nein wie hart alter nein ich hasse diese Penner das klappt schon nicht lecker komm mal alter labert der Scheiße sind ja auch nur noch ein Tau mit lecker lecker ich Ich hab gerade noch einen Kill abbekommen, LOL Und dann hat mir irgendeiner den Killing Spree genommen, Jarvan oder so Geh mal Bot fahren Mein Gott Mein Weg ist klar So klar, ihr habt keinen Tau mehr, wir laufen doch rum Jetzt kommt Sin noch von der Seite Jo Ja Ey, das ist doch behindert, Mann Oh, was machst du da? Ey, ich hab doch grad ausgeholt, Mann Mann, das ging scheiße, Mann Jetzt haben die unseren Blue Entschuldigung Oh My path is clear I heed their call What is my Draven? CV? I don't have anything See you? My flash has to do nothing for me Ah, I don't know I don't find anything Can we knock him out? That thing clicks me Egal, mach weiter Mach weiter Mach weiter, ich bin tot Weg hier Wow, das holen wir mich, ey Mach weiter Mach weiter Willst du Rennern ab 20 Minuten für Nachkommen So Lächere Können wir gar nicht gehen Mach weiter Sie macht gar nichts, Giovanna Ich hab keinen Plan, was sie... Krass, ey The next Mann, ey Was mach die da? Ich mach die da! Oh nein! Oh, ist die blöd, Mann! Ich rette ihr nicht nochmal den Arsch Ich hab die da! Dieser Fist ist voll blöd Prübig Oder noch was vorne Oh, drauf! Oh, mein Gott! So rennt sie war nicht einfach zurück Verschogefristig, Schoge 3 0 Ja, Schoge Ja, war auch kein Problem bei Top mehr Ich hatte auch 3 0 Ich hatte auch 3 0 Das ist kein Problem Ja, ich hatte auch 3 0 Ich hab gesagt, Garen ist nicht so geil mit Schiwana Auch wenn es eine gute wäre Zwei Millis, aber einer Lane ist auch nicht so Ich hab mich schon getroffen, ne? Also nicht Hast du nicht? Hast du nicht? Hast du nicht gesehen, wie das Ding aus dem Busch rausgeflogen hat? Kann man das... Kann man das... Ich meine, sieht man doch, oder? Sieht man das bei dem Schatten? Der Flash? Nein, wenn da... Komm, ich geh schon mal aufs Nähe und dann komm, boom Doch Ich geh schon mal auf So ist hier keiner dabei Hast du noch ein Schuss? Das gibt's doch nicht! Warum Kartes-Ult eigentlich? Snare Ja, und er will, er will, komm von Ich hab' mir doch locker Ah, wieviel Leben haben die? Das ist ganz stark, ey, das ist sogar Ich hab' ihn Ich hab' ihn Ich hab' ihn Ich hab' ihn Er will fressen 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 Er will nicht Wen soll er denn fressen? Wen soll er denn fressen? So viel macht er nicht Er könnte dich fressen Shyvana hat voll viel Leben Ja, weil du noch geheilt hast nun mal Meine Heels sind nicht so Meine Heels sind nicht so Sie meinten, ich hab' hunderter Heels Ich hab' das auf eins Den Heels Den brauchst du auch Aber Wieso? Darum Starkol und Silence Ja, das wirklich Hier brauchst du gar Nur auf eins Und dann Wenn du abgeholtst Wenn ich die Ulti hab' Und Den Summoner Spell Heel Das reicht eigentlich Im Teamfight Nachher wenn ich genug Du gehst Du gehst Du gehst Du gehst Du gehst Du gehst Nein Aber wieso? Geht die rein, ey Ich kann doch vor Frem leben, Alter Warte, ich geb' dir Mano und dem Nicht Warte, bleib hier, bleib hier Schaff das nicht Jörg Du gehst Jörg Ich hab' die Ecks Scheiße Alter kann nichts machen Ich hab' Drei 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 Die beiden Golems sind verschieden groß, ne? Sieht voll komisch aus jetzt Ja Nette Mein Weg ist klar Komme ich den? Ah, lock ihn nach unten For peace of mind Hotlane By the power of the stars Chulat? Was raus auf Skype, ne? Was ist klar? I hear the call I am a myth Gracefully For peace of mind By the power of the stars I heed their call I heed their call Let me guide you Go away by the power of the stars I'll see you Come on viel zu spät wieso macht die schaden es ist so blöd viel früher was reinballern ich hab's doch gesagt ich hab dennoch gesehen du aber ich nicht was bringt das denn schon du musst ihn auch noch sehen ja sicher ich gehe der call Let me guide you. For peace of mind, my path is clear. By the power of the stars, gracefully. For peace of mind, my path is clear. 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 Ach ne! Ich muss einfach abholen. Ich weiß nicht warum er geflankt wird. Das läuft doch ganz gut. Ich hatte nur Probleme mit dem Dragon da gerade. Da hätte jemand einfach reinschießen wollen. Ich mach Suicide ne. Wobei ich hol uns Gold. Bestimmt. Wenn ich jetzt einfach... Ich wette du verreckst noch bevor... Ach ne. Ist ja nur noch ein Hit. Noll. Ist einfach nur dreckiges Backdown. Nimm mal diese Garen. So. Drei sind in der Mitte. Einer ist unten und einer ist oben. Zwei sind noch in der Mitte. Einer. Keiner... Javan ist noch unten. Talon ist in der Mitte. Jogart und... Ehhh... Zinn fehlen. Mal Talon da. Und jetzt fehlt... Fiss auch noch. Oh da sind vier Stück. Back, back, back. War doch klar oder ne? Egal wir fighten. Wir fighten. Scheiß draus. Wir fighten jetzt. Oh damn it. Joraka, tu gut. 13 Stacks. Killing Spree. Und jetzt? Nur einen Super Minion. Kill ihn mal. Okay. Sobald er her springt, silence ich ihn. Du bist gesilenced. Du bist gesilenced. Du bist gesilenced. Du bist gesilenced. Oh scheiße, er ist ja echt tot. Jau, unstoppable. Jau, unstoppable. Oho, ein... Eine unstoppable Soraka. Oh yeah. Jetzt habe ich aber keinen Mana mehr. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Ich will nicht sterben, ich will nicht sterben. Ich bin tot. Ich bin tot, ich bin tot. Ich hab noch 10 Stacks. Sobald ist tot, wenn wir den kriegen. Er chaste, er chaste weiter. Javan auch noch. Nee, nee, egal, egal, egal. Sonst pusht den Tower. Sonst pusht den Tower hier, wenn ihr Javan nicht holt. 4000 Gold, was los? Rabadons anstückt. Und noch mehr AP. 600 AP. Killt ihn. Ja, okay, jetzt könnt ihr wieder laufen. Gehen wir drauf, gehen wir drauf. Ja, komm. Gehen wir drauf, ficken die, wir ficken die. Geh weiter noch mal. Mann, ich krieg jetzt aus voll. Was soll die fixen, Mann? Du hast ne Ulti bekommen, Shulan. Nice. Das ist überlebt. Fett, fett, fett. Ja, wo hast du denn? Ulti ihn? Die anderen kommen ja zu dir, ne? Die klatschen dich. Suicide! Komm schon! Nein, was macht ihr hier? Was macht ihr hier? Wenn wir entgehen... Ah, nee, kannst du gar nicht. Nein, du bist du. Oh, Mann. Ah, scheiße. Ich mach jetzt nur noch solche Dinge. Kein Bock ordentlich zu spielen. Das war schon. Ich will unseren Blut dann. Ich hau so viel Damage raus mit 600 AP. Wie ich will. Fehlt ein Spieler von dir, ne? Nee, die brauchen uns nicht schämen. Doch, wetten die Gegner sind eigentlich voll schlecht. Waren die davor auch eigentlich? Der eine Nase. Ja, der war vom Level her doch hoch, ey. Aber unsere Top Lane war ja wohl voll für den Arsch. Aber eigentlich hätten... Das Game hätten wir auch gar nicht gewinnen können. Die hatten sie, wir und Trinder mehr. Die OP Heroes überhaupt. Seit neuestem. Ich würde jeder zockt jetzt auf einmal Trinder mehr. War schon irgendwie so. Er kann seit neuestem richtig gut fahren. Ich finde, er war schon immer so. Der war schon immer so. Nichts geändert. Vor allem. Bei dem Buff. Bei dem Buff. Hat der Nerf. Ist immer noch gut. Ey, ich finde der ist jetzt voll krass mit den neuen Minions. Der farmt so übel. Der brucht nur noch so ein bisschen und dann fickt er jeden. Ey, lass mal das warten. Ey, ey. Ey. Ey, ey. Ey, ey. Ey, ey. Du kannst den Weg mal gehen. Du kannst den Weg abschneiden. Nein, lass den Weg abschneiden. Nein, lass den Weg abschneiden. Dann lass den Weg abschneiden. Dann erst mal die Wahl. Dann mach's ab. Ich komm von hinten, aber ich bin auch hinten Ich bin auch hinten Nein Oh, er klatscht mich Kill den schnell, sonst bekomme ich kein Assist Oh, nice Oh, die haben ja gar nichts mehr, die Mitte Oh Oh mein Gott Du lacker Du lacker, ey Du lacker Das war tausend Schaden Ich meine, das standet tausend rot Scheiße Ich hatte am Ende noch 590 AP, Alter Alles zerstört Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.